Vortäuschend. Vortäuschend ist ein partizipiales Adjektiv zum Verb vortäuschen. Vortäuschend ist insbesondere das Partizip Präsenz zu vortäuschen. Man kann sagen, jemand kann eine Krankheit vortäuschen, eine Verletzung vortäuschen. Jemand kann den Anschein erwecken, dass er etwas ernst meint oder dass er einen mag oder nicht mag. Wenn du aber auf diese Weise etwas vortäuschst, irgendwann kommt es heraus. Im Yoga gilt Offenheit und Ehrlichkeit als wichtig. Satyam, Wahrhaftigkeit, ist wichtig. Eine vortäuschende Art ist der Ethik des Yogas widersprechend.